Moin und herzlich willkommen zu dem Podcast Smile4Life. Einfacher, einfacher leben. Mein Name ist Marco Ehlers und dieser Podcast ist gedacht für Menschen, die wirklich glücklich werden wollen. Denn wirklich glücklich sein ist keine Glückssache, sondern eine Art zu denken. Also viel Spaß und viel Freude bei der heutigen Episode. Moin und hallo. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich hoffe, deine Woche war schön. Oder wie war deine Woche? Meine Woche, Posturlaub, war hervorragend. Ich kann mich nicht beschweren, möchte ich auch nicht. Wir hatten eine sehr, sehr schöne Woche. Und die Inspiration für diese Folge kam von einer Followern, die auf ein Video von mir reagiert hat, wo sie gesagt hat, ja, ich erlebe das immer und immer wieder. Und mir passiert das seit Jahren, dass ich immer wieder einen auf den Deckel kriege und Leute mich scheiße behandeln. Und das Ganze habe ich natürlich auch kurz kommentiert. Und dass es mir leid tut, dass sie diese Erfahrung gemacht hat. Und ich kann das nachvollziehen. Und ich glaube, da gibt es ein paar mehr von da draußen. Und denn dieser Artikel, dieser Kommentar wurde mehrfach auch geliked und auch nachkommentiert. Und da waren ein paar Sätze drin, die ich gerne in diesem Podcast korrigieren möchte. Was mir dazu einfällt, falls du das jetzt, liebe, hörst, du weißt, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst, liebe Grüße, rausgehen nach Berlin. Setz dich mal hin, schnapp dir einen Tee, einen Kaffee und lass die Worte einfach mal auf dich wirken. Der erste Punkt in diesem Satz war, das passiert mir immer wieder. Und zwar schon seit zwei Jahren. Das erste, was ich daran höre, ist, dass es etwas ist, was im Außen passiert. Es ist etwas, was mir passiert, was mir zustößt, auf was ich keinerlei Einfluss habe. Und das mag sich für dich so anfühlen. Und es mag so sein, dass es von außen kommt. Nur unterm Strich gibt es das Außen nicht. Der erste Punkt ist, ich habe für mich die letzten zwei Jahre Dinge kreiert, die vielleicht nur so halbgeil sind, auf die ich weniger Bock hatte, die mir geholfen haben, die Dinge anders zu sehen. Das erste ist Verantwortung. Verantwortung und zwar nicht 80, 20, 90, 10, 50, 50, immer 100%. Damit haben meine Hörer und die Menschen, die mir schreiben, den größten Stress, weil sie mit Verantwortung sehr schnell Schuld assoziieren. Denn bin ich also Schuld an meiner Situation? Nein, du bist verantwortlich. Das ist ein anderes Spektrum. Jemanden die Schuld zu geben oder die Verantwortung zu übernehmen. Das sind zwei Paar Schuhe. Ich übernehme die Verantwortung für mein Leben. Auch wenn ich nicht weiß, wie die Dinge in mein Leben gekommen sind. Ich weiß nicht, wie ich dieses Leben gerade erschaffen habe. Ich habe no fucking idea, wie ich in diese Situation gekommen bin. Aber ich nehme es an, ich akzeptiere es und nehme zu 100% an, dass alles das mir gehört. Es gehört mir. Das ist einer der ersten Punkte. Das gehört mir. Es ist meins. Der zweite Punkt ist, du kannst nur Dinge erleben und erfahren, die mit dir zu tun haben. Das ist ein ganz schöner Brocken, den man schlucken muss. Und einige springen dann zurück in dieses Schuldthema, weil sie, oh, habe ich ja scheiße gemacht, wie doof war das von mir. Mann, bin ich dämlich. Und was ich immer wieder beobachte, Social Media, im echten Leben. Bei einigen gibt es keinen Unterschied. Die teilen ja ungefiltert alles. Es sind immer, andersrum, es ist immer ein primäres Thema, das da ist. Es ist ein primäres Thema, ob das sich nicht gewertschätzt fühlt, Enttäuschung ist, Genervtheit, Ungerechtigkeit, was auch immer. Nimm das Thema, was immer dein Thema ist. Und sie tauschen über Jahre hinweg einfach nur die Akteure und die Orte aus. Unterm Strich erleben sie immer wieder dieselben Gefühle in denselben Situationen. Und dieselben Gefühle können nur erzeugt werden, wenn ich vor ähnliche Gedanken habe. Das heißt, Gedanken erzeugen Gefühle, Gefühle erzeugen Gedanken. Und dieser Kreislauf sorgt dafür, dass ich die Erfahrung immer und immer wieder erlebe. Denn hinter dahinter verbirgt sich nämlich immer ein Geschenk. Es ist das Geschenk, dass du lernen darfst, wie du gewisse Dinge besser und anders machen kannst. Und wenn du das weiterhin so machst, wirst du das in der nächsten Situation oder mit der nächsten Person immer wieder neu erleben. So lange, bis du es geschnallt hast. Und es kann sein, dass die Einschläge, die Intention größer wird, heftiger wird, schmerzvoller wird, bis du das vielleicht irgendwie geschnallt hast. Denn es beruht alles darauf, was du denkst. Und nicht nur was du denkst, sondern auch was du fühlst, worüber du redest. Es kann, du kannst nicht erwarten, den ganzen Tag von Scheiße zu reden und Gold zu erschaffen. Das ist das, was die meisten Menschen, ja, ich rede doch positiv. Fuck no, tust du nicht. Du laberst, du lästerst, nein, du stellst nicht fest, nein, du kommentierst nicht, nein, in meiner Welt und dieser Welt gibt das nur dann schwarz und weiß. Es gibt, es ist etwas, es ist eine Liebeserklärung an einen Menschen, es ist etwas Positives oder ist das Dreck. Dazwischen gibt es nicht. Es gibt nichts Neutrales. Wir bewerten immer. Und wenn du bewertest, immer in die eine Richtung, immer positiv. Ja, das ist toll. Ich bin gespannt, was daraus wird. Und wenn dein Leben gerade so ist, wie es ist, dann hat das damit zu tun, was du denkst, was du tust, was du sagst und wie du dich verhältst. Ich habe es hier über 100 Folgen gemacht. Und unterm Strich geht es immer wieder darum. Die Leute versuchen mir zu erklären, wenn ich mit denen ins Gespräch komme, also auch persönlich oder halt per E-Mail oder auch im Austausch, dass sie sagen, ja, das ist, nee, das ist, das ist nicht negativ. Doch. Es ist nicht positiv. Es sind keine positiven Gedanken. Und wenn ich sehe und höre, wie Menschen sich über Dinge unterhalten, wo sie ihren Fokus rauflegen. Es gibt Menschen in meinem Umkreis, da sehe ich nur Stories und WhatsApp oder Instagram. Und es ist immer das Thema Ungerechtigkeit, Benachteiligung oder es werden andere schlecht gemacht. Die da oben verdienen so viel Geld und ich arme. Irgendetwas. diese Vibes, diese Energie, diese Stimmung ist einfach scheiße. Und die Leute wundern sich dann, dass ihr Leben fucked up ist. Die wundern sich, dass Dinge in ihr Leben passieren, die absolut grauenvoll und scheiße sind, dass sie Nöte bekommen, dass sie Ängste bekommen, dass sie nicht wissen, wie sie ihren Job machen sollen, ob sie noch einen Job haben, was auch immer. Es kommt nicht von ungefähr. Das Schöne ist aber, das wollen die nicht hören. Und ich weiß nicht, ob du das hören willst. Und ich habe diesen Podcast noch nie gemacht unter Gesichtspunkten, dass ich irgendwelche Follower behalten möchte. Sondern ich, manchmal bin ich ein bisschen zu direkt. Und manchmal, glaube ich, muss das auch sein. Manchmal muss man den Menschen, wenn man ihnen das 35 Mal erklärt hat, einfach mal ganz straight sagen, weißt du was? Das ist deins. Und von mir aus ist es auch deine Schuld. Wenn dir der Satz besser gefällt, es ist alles deins. Du bist super groß da drin, sich über andere Dinge zu beschweren, mit dem Finger auf andere zu zeigen, aber nicht ein Funken Verantwortung für dein eigenes Denken, dein eigenes Handeln, weil du einfach jemandem die Schuld geben willst, weil dein Leben so fucked up ist. Und es ist viel einfacher, anderen Menschen eine Schuld zu geben, als sich selber am Schlawittchen zu packen, sein eigenes Verhalten mal zu hinterfragen, weil es einfacher ist, das Verhalten anderer Menschen zu beurteilen und zu sagen, ja, vielleicht hat das ja doch wirklich was mit mir zu tun. Vielleicht ist es meins. Und dann kann ich nämlich niemandem mehr die Schuld geben und dann habe ich nämlich, ja, auf wen soll ich denn wütend sein? Auf mich selber? Einige können das. Die meisten wollen aber auf andere wütend sein. Und solange du das Verhalten so hast, solange du dich in diesem Klatsch und Tratsch wiederfindest und Gedanken hast, die dir nicht gut tun, hey, mal ganz ehrlich, schau dir dein Leben an, wenn dein Leben nicht eine 1 plus mit Sternchen ist. Und da machen wir wieder schwarz-weiß. Entweder eine 4 minus mit Rücksicht auf deine Eltern oder eine 1 mit Sternchen. Schau dir deinen Lebensbereich an. Schau dir an, wie ist deine Beziehung zu anderen Menschen? Wie sind deine finanziellen Situationen? Wie ist deine Beziehung, wenn du eine hast? Wenn du keine hast, auch drüber nachdenken. Wie ist dein gesundheitliches Thema? Nimm alles. Dann darfst du drüber nachdenken, wie du über diese Dinge denkst. Und wenn das nicht eins mit Sternchen ist, dann darfst du andere Dinge denken, andere Dinge fühlen und andere Dinge erleben und in dein Leben kriege. Denn dein Leben wird so lange fucked up sein und scheiße. Und immer wieder wirst du Katastrophen in deinem Leben erleben, bis du dein Denken änderst. Und ein paar konkrete Beispiele, wenn du dich darüber beschwerst, dass andere Menschen Geld verdienen oder überhaupt Geld verdienen, wird das dafür sorgen, dass du garantiert kein Geld in deinem Leben hast. Oder es dir aus den Fingern rinnt, was auch immer. Wenn so Sprüche kommen wie die Bonzen da oben, ja es ist alles nur Lug und Betrug, dann wird das Geld aus deinem Leben bleiben. Ja, wenn du dir andere Menschen anschaust und missgünstig auf deren Beziehung schaust und sozusagen mir den Augen rollst, weil sich nach 40 Jahren immer noch Knutschis geben, dann wird das eine Beziehung aus deinem Leben haben. Wenn du glaubst, du müsstest andere Menschen beurteilen, wie sie ihr Leben, ihr Lieben, Liebesleben leben, wenn du das verurteilt, wird das garantiert ein Liebesleben aus deinem Leben heraushalten. Wenn du schlecht über Menschen redest, die eigentlich deine Freunde sind, wird es weiterhin Menschen aus deinem Leben halten, die wirklich wahre Freunde sind. Wenn du dich beschwerst, dass Menschen, die vielleicht sportlich aktiv sind und du Sprüche bringst wie, ja 1000 Volt in den Arm und in der Birne geht kein Leuchter an. Wenn du solche Sprüche bringst, dann hast du null Respekt und Wertschätzung für die Arbeit, die Disziplin oder irgendetwas, was ein Mensch für sich erschaffen hat. Und solange du das für andere Menschen kritisierst, wirst du immer wieder schissene Situationen in deinem Leben haben. Das wird, ich kann das, ich kann das rund um die Uhr beobachten, bei anderen Menschen, ja, die posten sieben Monate lang nur Müll. Und im achten, neunten Monat kriegt man dann irgendwann mal zu hören, dass bei denen XY passiert ist, dass sie einen Job verloren haben, dass die Firma zumacht, dass sie bei einer Beförderung gegangen ist, dass jemand eine neue Beziehung hat, dass jemand beschlossen hat, dass die Beziehung, wie sie jetzt ist, vielleicht nicht mehr funktioniert. Dann geht das Auto kaputt, dann geht die Waschmaschine kaputt, dann geht der Fernseher kaputt und und unten das Weihnachtsgeld, das man noch gar nicht bekommen hat, ist schon verplant. Und man denkt, wieso passiert das jetzt alles auf einmal? Ja, weil du, das hat sich wie eine Welle, hat sich aufgetürmt und dieser Turm bricht irgendwann mal zusammen. Und dann höre ich die Menschen, wie sie jammern und sich beschweren, wie ihr Leben ist. Und weißt du was? Während sie das tun, ja, während sie das tun, ähm, erschaffen sie mehr davon. Und dann gibt es andere. Dann gibt es eine Hörerin, mit der ich im engen Kontakt bin, weil ich sie auch persönlich gut kenne. Und die hat's einfach umgesetzt. Sie hat mir ganz wörtlich gesagt, sie schreibt jetzt so eine Abschlussarbeit und zwar auch über die Smile-Philosophie, hat gefragt, ob sie das, ähm, machen kann. Und die sagt, weißt du was? Ich bin so unglücklich in meinem Job und ich höre Marco jetzt irgendwie jeden Montag und weißt du was? Scheiß drauf. Nicht scheiß auf mich, sondern ich mache jetzt mal, was habe ich zu verlieren? Ich mache jetzt einfach mal das, was er mir jeden Tag sagt. Jede Woche. Mach doch einfach. Was hast du zu verlieren? Was ist, wenn's gut geht? Kann doch mal ein Best-Case-Szenario machen. So, sie hat jetzt ein Thema für sich gefunden. Dabei hat sie sich neben ihren Job darauf konzentriert, hat es durchgezogen und hat damit wirklich Erfolg, ja? Kontakt mit Menschen, schreibt ihre Abschlussarbeit. Natürlich darfst du meine Smile-Philosophie, ähm, damit reinbringen. Und zieht es einfach durch und sagt mir, weißt du was? Ich hab mal einfach zu 100% stumpf das gesagt, äh, gemacht, was du mir gesagt hast. Einfach durchgezogen. Einfach mal nicht hinterfragt. Mach einfach mal. Und weißt du was? Es ist sogar noch geiler geworden, als ich mir gedacht hab. Und das ist doch mal der Hammer. Und ja, du kannst in deinem Kopf jetzt tausend Gründe finden, warum es nicht funktioniert. Und du brauchst nur ein, warum es geht. Brauchst du wieder ein Neujahr? Bitte. Dann warte auf den 1.1. Bei einigen wird's der 2. Januar, weil man am 1. noch einen leichten Schädel vielleicht hat. Und dann kommen die üblichen Themen, die wir in der nächsten Folge mal bearbeiten, weil das ist dann... Wir machen die Formel dies Jahr mal ein bisschen anders oder du fängst früher an. Die Smart-Formel ist auf gut Deutsch nämlich für den Arsch. Und ich will mich jetzt hier nicht als Messias und den Heiligen hinstellen. Nur ich hab in den letzten 15, 16, 17 Jahren einiges verstanden, wie muss da funktionieren. Ich weiß, wenn du so denkst, wirst du... Wenn du auf eine gewisse Art und Weise denkst, wirst du eine gewisse Art und Weise von Leben haben. Und ja, es gibt Menschen, die haben auch viel Reichtum in ihrem Leben. Obwohl sie vielleicht nicht so die nettesten Menschen sind. Ja. Das heißt, sie haben ein cooles Belief-System zum Thema Geld. Ja. Sie glauben, dass Geld leicht zu mir kommt. Dass ich Geld anziehe, dass ich Geld geil finde. Geld ist sexy. Das haben die. Die haben aber ganz viele Themen im anderen Bereich. Und irgendwann haben sie diese Themen. Gesundheitlich und auch woanders. Und irgendwann kommt es auch finanziell. Aber es ist egal. Wir wollen nicht gucken, wo es nicht funktioniert. Ich hab da schon mal in einer anderen Folge erzählt. Nimm das. Mach dein Einkaufskörbchen voll. Geh dir viel gegen und sag, hey geil. Der Typ fährt ein geiles Auto. Das ist mega geil. Dass der jetzt 350 Kilo wiegt. Uncool. Das will ich vielleicht nicht haben. Du nimmst das einfach wie ein Buffet. Du nimmst, was dir schmeckt. Und dann schaust du, das schreibst du abends auf. Und konditionierst dein Gehirn dazu. Vielleicht die Dinge mal ein bisschen anders zu sehen. Und ich garantiere dir. Ich garantiere dir. Es kommen Menschen auf dich zu. Und du sagst, ah, ich hab so ein Umfeld. Ich hab eine Kollegin. Ich hab meinen Partner. Aber ich lass mich da immer wieder reinziehen. Diese Gespräche. Wenn du deine Stimmung, deine Energie, deine Nimm-Energie veränderst, wirst du keine Zeit mehr finden. Es gibt Menschen in meinem Leben, die wollen wir seit einem halben Jahr treffen. Und es kommt immer was dazwischen. Und das sagt mir, dass momentan unsere Energien, unsere Frequenzen sich nicht menschen. Ich möchte mich nur noch mit positiven und geilen Menschen umgeben. Ich möchte mich Menschen über Inspiration und nicht über Probleme unterhalten. Ich hab Bock, angenehme Gespräche zu führen. Ich möchte gerne mit Menschen dankbar um mich herum haben. Ich hab Bock, eine geile Zeit mit denen zu verbringen. Und wir schaffen es nicht. Es kommt immer wieder etwas dazwischen. Das kann dir auch passieren. Wenn es eine Arbeitskollegin ist und du ständig sagst, pass auf, ich möchte mein ruhiges Leben haben. Ich möchte ein geiles Leben haben. Ich möchte mich mit dir nicht mehr über diese Themen unterhalten. Ja, manchmal ist das schwer. Manchmal muss man aber gar nichts sagen. Dann kann das sein, dass sich das ganze Arbeitsumfeld verändert. Dass du vielleicht in anderen Abteilungen bist, woanders hinbekommen. Ihr unterschiedlich, sie hat Urlaub, du hast Urlaub. Sie hat frei, du hast frei. Dass man einfach nicht mehr zueinander findet. Man hat keine Möglichkeiten mehr. Weil du auf einmal hier nicht mehr auf derselben Frequenz seid. Frequenz meine ich jetzt wie beim Radio. Wenn du auf 102,4 RSH, Schleswig-Holstein, hier oben bist, kannst du nicht 94,5 Enjoy empfangen. Ihr empfangt nicht denselben Sender. Das heißt, der eine hört das andere und du hörst das eine. Das funktioniert einfach nicht. Und dann werden sich, du darfst die Dinge dann loslassen. Es werden sich neue Menschen in deinem Leben. Es sind sich neue Situationen. Ja? Also wenn dein Leben gerade so ist, wie es ist, schau mal deine Bereiche ein bisschen rein. Und wirklich sei zu wirklich tausend Prozent ehrlich zu dir. Denkst du wirklich positiv? Denkst du im Sinne der Smile-Philosophie? Falls du da nochmal hören willst, Folge 5, Folge 97. Und ich rate sie gern immer nochmal runter. Und wenn das alles zu viel für dich ist mit dem S, siehe alles und jeden als positiv. Mit dem M, mei den negativen Kontakt von außen. I, I go first. L, lass die anderen ihr Leben leben. Und E, Energie, folgt deiner Aufmerksamkeit. Wenn das zu viel ist. Und das sind nur 5 Punkte. Ja? Also man kann sich, so schwer ist das einfach nicht. Lass die Menschen in Ruhe. Schalte den Kontakt von außen ab. Ja? Das Leben ist immer für mich, siehe alles positiv. Der größte Booster zu deinem Glück. Na, andersrum. Der größte Booster zu deinem Unglück ist Undankbarkeit. Undankbarkeit. Wow. Aber der Booster zu deinem Glück ist Dankbarkeit. Dankbar mit so kleinen Dingen am Morgen. Danke, dass ich aufgewacht bin. Danke, dass ich fließend Wasser habe. Danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Essen im Kühlschrank. Kleidung am Leib. Danke, dass ich einen Arbeitgeber habe, der mir Lohn bezahlt. Danke, dass ich davon Dinge bezahlen darf. Danke, dass ich davon meine Schulden zurückbezahlen darf. Danke, dass wir in einem so stabilen Land leben. Danke, dass ich krankenversichert bin. Danke, dass ich Kaffee trinken kann. Danke, dass ich meine Eltern noch habe. Danke, dass ich einen Partner habe. Danke, dass ich Erfahrungen mit anderen Menschen machen durfte. Danke, danke, danke. Und sich wirklich über die... Einige sagen, ja, das sind ja nur Kleinigkeiten. Ja und nein. Und gerade diese Kleinigkeiten. Und wenn du ganz viel Dankbarkeit auch denkst, wirst du Dankbarkeit fühlen. Und wenn du es fühlst und Dankbarkeit mit dich ausstrahlst und dankbar bist, dass du in deinem Umkreis von 10 Kilometern, was ich 15, Einkaufsläden hast. Dankbar ist beim Einkaufen, dass genügend Lebensmittel da sind. Dankbar für die Menschen, die das alles organisieren, die gesamte Infrastruktur, dass es mein Leben so angenehm macht. Danke, danke, danke. Dann wird sich Wunder in deinem Leben passieren. Es werden Wunder passieren. Du darfst aber einfach mal dranbleiben. Nicht einmal alles, sondern jeden Tag ein bisschen. Und ich möchte nicht, dass dein Leben von heute auf morgen änderst, sondern jeden Tag ein Stück mehr. Ja, man läuft den Marathon auch nicht von jetzt auf gleich. Man übt, man trainiert. Trainier dein Gehirn, trainier diesen Muskel da oben. Ja, tu das, was der gut tut. Sei dankbar. Und dann werden sich die ganze Magie des Manifestierens dir zeigen. In diesem Sinne eine dankbare Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Wenn du magst, ich freue mich auf dich. Denke mal dran. Glücklich sein ist keine Glückssache. Smile for your life. Dein Marco. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Und Veranregungen und weitere Informationen kannst du mir gerne schreiben unter podcast at smilefor your life.de und natürlich auf den Social Media Kanälen gibt es noch mehr Inhalte auf TikTok, Instagram und Facebook. Und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple und Spotify geben möchtest, bin ich dir sehr, sehr dankbar. Natürlich kannst du das auch einigen Mitmenschen teilen. Also, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und denk dran, glücklich sein ist keine Glückssache. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.